willkommen zu die sims 4 so jetzt haben wir ja aktuell fangen wir ja unsere geburtstagsfeier an hier von unseren kleinen hier die haben alle geburtstag mal sehen wie viele wir hinkriegen so also speisen essen bitte erzählen und gleichzeitig musik hören lassen okay dann würde ich sagen kannst mal gratulieren und ihr auch gratulieren und silas kann dann ihr ein komplement machen so 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 dann schließen wir den auch mal mit ins gespräch ein so und dann äh zuhören so dann hätten wir jetzt schon mal das erwachsenen einen toast ausbringen lassen aha ähm dann sie das hol dir mal ähm ähm getränk bestellen ähm nimm mal den da soo soo dann kannst du mal hier ähm lustig klopf-klopf-klopf-witz dann kannst du hier ein ähm witz über zeitel alten machen strom strom karsha karsha und dann hier ähm so 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 sie das willst du nicht mal so ja genau ähm ein Spiel spielen ähm mit Geburtstag sim ein ähm Alana Spiel mal mit ähm mit ihm so kannst du jetzt ähm 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 freundlich freundlich da schon mal nicht kannst du in den da da muss sie das trinken aufräumen outfit ändern ähm 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 da ist es ja gut dann äh wo bist du da bist du dann naja kommt man hier 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 hin und Silas kommt hier auch hier hin um bar bro jesson a kronkas rabana panaclet philbar oh ha ha fina ähm 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 freundlich freundlich ähm ähm jetzt ist es wieder nicht dabei weil er jetzt schon mal was getrunken hat oder was ähm 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 Ja, 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 ja. So, ausschimpfen, irgendwie nicht freundlich. So, ja, 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 ja. So, ja, 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 ja. So, ja, 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 ja. So, ja, 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 ja. So, ja, 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 ja. So, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Steig am besten in die Stiefel. Der Ritt beginnt hier. Ah ja. Äh, ein Bestreben. Ähm. Äh. Ich würde mal sagen. Ähm. Er wird dieser Herrenhaus. Ähm. Ja. Und dann. Ähm. Geben wir ihm das. Diese Sims können Besitztümer bewundern und mit ihnen prahlen und werden traurig, wenn sie für eine gewisse Zeit nichts Neues gekauft haben. Ja, so was. Einen brauchen wir. So. So. Und dann kannst du, ups, äh, Johnny, dann mach mal direkt Geburtstagskerzen wieder drauf. So. So. Guck mal. So. Ähm. Dann. Kannst du. Und dann könnt ihr den Kuchen alle essen. Weil die wollten jetzt einen Geburtstagskuchen essen. So. 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 sie ist kreativ, dann kann sie ja einen bestreben aus der kreativ, hier, Maler und dann kriegt sie das Merkmal Aktiv 1, kriegt sie von ihren Eltern, so, 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 jetzt, na, wollt ihr jetzt alle Küchen essen? Okay, ähm, dann kannst dir was wünschen. Und sie kriegt, äh, sie wird unsere Naturliebhaberin, ähm, nehmen wir hier das neue, äh, Outdoor-Fan, und, ähm, ähm, ah, sie ist ordentlich, dann können wir ihr zimperlich geben. Passt da. Ah, zimperliche Sims, äh, wird es ganz übel bei Anblick von gruseligen Krabbeltieren, äh, erbrochenen Gewalt und den Gräueltaten des Sensenmannen. Dieser Sims fühlt sich in der Natur, äh, in der Nähe von schmutzigen Dingen unwohl. Und das passt ja zu ihrem Ordentlichen. So, verstärken wir das nochmal. Na. So, dann, äh, kommt noch Willi dran. Ups. Ja, 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 Willi, du bist jetzt noch dran. Du musst noch, so, dir was wünschen. Und dann müssen alle, äh, essen. So, Willi. Ähm, sich was etwas wünschen. Oh. Wo, ja. Wo, ja. Ähm, und du wirst, mal gucken. Du bist mal ein Computerfreak. Und du kriegst das Merkmal aufgepumpt. Komm, du bleibst kindisch. Komm, was du mir jetzt wieder sagst. Dann kannst du dir jetzt mal ein Stück nehmen. Du musst dringend mal auf Klo, Madame. So, hier ein Stück nehmen. Oh, jetzt sehen wir den Teller nicht mehr. So, und dann kannst du hier... Ach, Mann. Und verschwindet die. So, dann bitte. Zwar haben wir nicht Silber gekriegt, aber das war mir auch nicht so wirklich wichtig. Das können wir später versuchen, weil es stehen ja dann nochmal vier Geburtstage an. So. Jo, da sind unsere Kiddies jetzt Teenager. Und naja, ich werde die natürlich noch umstylen, weil so gefallen sie mir nicht. Unsere Teenager. So, gucken wir uns so nochmal so ein bisschen an. Äh, wo bist du? Ach so, hier. Ja. Ja. Also, so ganz gefällt mir ihre Outfit-Wahl überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, äh, unsere Leute haben sich gut, äh, ja, also, haben hübsche Kinder gezeugt. Muss man ja schon sagen. So, sie ist doch jetzt... Ja, sie ist aktiv, also wird sie automatisch äh, sportliche Sachen machen. Das ist doch sehr schön. Ja. Gut. Das war doch sehr schön, dass wir es wirklich geschafft haben, alle vier Kinder, äh, jetzt zu Teenagern, äh, werden zu lassen. Ich werde die dann noch umstylen. Also werdet ihr die natürlich in anderen Positionen wiederfinden. Ähm. Mal sehen, wer ist hier draußen? Sie ist grad oben. Gut, dann werde ich vielleicht das Umstyling, äh, mit ihr machen. So, auf jeden Fall schön, dass du dabei warst. Schön wär's, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ähm. Ich wünsch dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Viel Spaß und bis dennne dann. Tschüss. 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 Tschüss.